So zu Slender, Alter! Afrikaner, Alter! Latino, ey! Ich verstehe leider nicht, worum es geht, aber mir gefällt die Musik und die Bilder sind gut. Ich habe ihn noch nicht bekannt gesehen, ja, aber als Olfes finde ich Marosch und Dave besser. Ich hasse ihn! Es ist Schweizer Rap, ich hasse Schweizer Rap. Er hat einmal einen geilen Sound gemacht, aber jetzt macht er einen richtigen Scheiss-Sound. Und das hasse ich richtig fest, weil er könnte ja eigentlich rappen, aber er macht es nicht. Ich habe ihn auf Facebook gesehen. Ja, ich habe ihn auf Facebook gesehen. Ja, ich habe ihn auf Facebook gesehen. Jetzt verstehe ich auch die Lyrics auf jeden Fall mal. Es passt halt zum Text, ne? Ja, 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 ja. Ist das die süße Version von Chris Brown? Cool, man, this is very nice. Salut Slack! Ich verstehe kein Wort. Ich glaube, es ist immer dasselbe, was er ist. Ich verstehe kein Wort. Es ist französisch. Jetzt musst du etwas dazu sagen. Ja, es ist französisch. Ah, es ist französisch. Ah, jetzt halt. Das ist nicht so schön. Ah, die ist so geil. Es kann mehr als dunkel. Ich fand das vorher geil, ne? Die posen eher so ein bisschen mit ihrer Kohle und ihren Autos. Es ist ein bisschen am flexen, oder? Ein bisschen rein, oder? Aber der Flow ist gut. Ja, das ist geil. Oh, man, this is dope. Ich fang mal. Ich habe mich schon einen Freund, ich habe einen Mann, ich habe einen Limpusin, Cousin. Ich weiß noch, ich habe einen Baggies, Hoodies und Cap. Ich habe mich ausgeschlichen, nur zu einem an das Bummen Konzert. Habe sparen ich Money für ein paar Studiogräte. Ich habe den Rap studiert, als ob es ein Studium wäre. BAM, 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 BAM! Cool. Auch vom Sound her ganz geil. Ich finde ich echt cool, dass die sich selbst filmen, alle. Und der Song ist geil. Der Song ist geil. Müsst ihr mir sagen, wer das ist. Für das Video auch gut. Passte irgendwie. Der Didi, das ist der Didi, das ist der Smag von Maso, das ist Möchte-Gang, das ist Möchte-Gang und Möchte-Gang für die Geile. Das waren schon die Besten, aber wenn der Mimix so rappen wie früher würde, würde er sie alle verreissen. Sorry, das ist meine Meinung.